Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Ohio. Der Ohio ist ein ziemlich heftiger Shortdrink, aber das sind Shortdrinks ja so ziemlich alle. Er ist sehr aromatisch und bekommt durch den Schuss Wörmeth seinen letzten Kick, der ihn von anderen Shortdrinks unterscheidet. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 2cl Canadian Whisky 1cl Triple Sack 1cl Wörmeth Spritzer Angostura Cocktailkirsche Eiswürfel Folgende Utensilien werden benötigt. Rührglas Stirrer Strähner Sektschale Zubereitung Eiswürfel in ein Rührglas geben Whisky, Triple Sack, Angostura und Wörmeth dazugeben Mit einem Stirrer verrühren In eine gekühlte Cocktailschale abseihen Mit einer Cocktailkirsche garnieren Sofort servieren Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!